Sonst, was das Waschbecken angeht, wie im Pepper oder in vielen anderen Fahrzeugen, kann man das hier verschieben und eben auch beidseitig nutzen. Das finde ich gerade hier eben wirklich gut gemacht. Toilette kann man auch nochmal verschieben, verdrehen, wie immer, wie gewohnt. Lichtschalter, Lichtsteuerung ist am Start, die ganzen Hohlräume sind ausgenutzt. Hinter dem Spiegel versteckt sich auch nochmal groß viel Stauraum. Also da, wie gesagt, auch für jeden was dabei.